Und weiter geht's Oh man Frodo Avin Wer ist sie? Er schwindet Sie ist eine Irrenfrau Seit zwei Tagen suche ich nach euch Wohin bringt ihr ihn? Wir müssen ihn zu meinem Vater bringen Ich habe keine Furcht vor ihm Wer ist Lynn? Wohin Interessante Sache ist sie hat sich mitten in der Szene umgezogen Ja hallo Sie kam weiß an und ist blau rausgegangen Moment Die kann rein dringen Was glaubst du denn sie ist eine Frau? Muss ja vorher umziehen Können in den verschwitzenden Klamotten losreiten Muss immer perfekt sein Kennst du doch Ich weiß nicht was Aragon hat Die ist doch flach wie ein Brett Zumindest bei Lego Ja hallo Aber er mit seinen Supergekämpften Haaren Der Angeber Na? Ich buddel nochmal was So viel Zeit hat Frodo ja ne? Ja ja Ach Frodo Der Meckator Der stellt sich nur an Na? Nein Den Kaul wird gleich schlecht Was auch immer ich hier oben machen will Ich bin mir gar nicht sicher Was überhaupt was bringt hier oben? Weiß ich nicht mehr Äh Nö bringt nichts Ich kann mich als Elb auf das Seil springen Ja Und so paar Geld sahen Oh Naja Bisschen Geld hab ich gesagt Siehste mal Ich glaub wir machen weiter ha? Ja Hier können wir eh noch nicht viel machen Außer alles kaputt machen Mö Ja Nö 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 Ah ja, schwarze Reiter haben auch Surfbretter dabei. Ja, natürlich. War wahrscheinlich nicht schlimmer. Ne, komm, das kaputt reiten, lassen wir jetzt. Will doch keiner sehen, wie wir Bischöp zertrampeln. Oh, glaube ich. Wir müssen dringend ins nächste Level, um es besser zu machen. Na dann. Die überholen mich alle. Oh, bin ich. Du bist in Elrond's Haus. Gandalf. Ja? Ich bin hier. Was ist passiert, Gandalf? Ich wurde aufgehalten. Es gibt nur einen Hang des Ringes. Und er teilt seine Macht nicht. Frodo. 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 Ein Glück, du bist wach. Sam ist nicht von deiner Seite gewichen. Dank der Künste von Elrond bist du auf dem Weg der Besserung. Willkommen in Bruchtal. Frodo. Frodo. Was ist mir bei Lego noch nie passiert, dass ich auf einmal mehr Teile hatte, als ich brauchte. Eigentlich habe ich immer... Ja, eigentlich habe ich eigentlich immer Teile gesucht, die mir gefehlt haben. Ich könnte natürlich meine Schwester alle gefressen haben. Das ist natürlich auch klar. Äh. 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 Nee, noch nicht, oder? Nee, nee. Komm, lass den alten Sack erstmal sein, wo er ist. Das ist dann so ganzes Geld. Wir müssen gucken, dass wir dann die Charaktere kaufen, die uns auf was bringen. Oh ja. Bilbo ist nicht so der Heinz, der was kann. Naja. Er kann theoretisch ein bisschen was, aber das brauchen wir alles nicht. Das kann ich ja gerade mal zeigen. Hier sind übrigens alle unsere, ähm, soweit ausgestellten Mini-Statuen. Da haben wir natürlich gerade mal drei Stück. Es gibt noch 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Level. Echt bin ich verzählter. Das heißt, wir haben noch mindestens, boah, 20 Parts alleine nur für die Haupt-Stary für uns. Ich weiß noch, beim vorletzten Level hat er nichts bekommen. Hm, hm. Moment, ich gucke mal auf die Karte. Ja, so 30 Parts. Ich weiß nicht, als wäre es vorwollen können. So. Kling. Ah. Ja, man sieht genau, den kriegt man nur bei Nacht. Warum der Mond auch immer auf einem Pfahl steckt. Ähm. Weil bei Lego nichts schwebt. Ah. Oder so ähnlich. Schwebt schon auf dem Stock. So, haben wir erstmal genug kaputt gemacht, oder? Ja, was meinst? Kann ja nicht den ganzen Elben hier... Die Inneneinrichtung sich zerlegen. Kann man schon, aber... Die Inneneinrichtung. Kann man da hin auch irgendwie anders. Außeneinrichtung? Ne, das heißt nicht Außeneinrichtung. Die Außeneinrichtung. Oh. Der alte Elf mit dem Spiegel ist ja ganz kaputt schon. Ja, das war ich. So was aber auch. Sandale. Ja. Na! Hilfe! Da kann man hier runterfallen. Das ist ja gefährlich. So, dann triggere ich mal. Moment. Den bisschen klumpert Schäbchen auch noch auf. So kannst du triggern. Triggor. Fremde aus fernen Ländern. Langjährige Freunde. Ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die Bedrohung Mordors reagieren. Worauf warten wir dann noch? Ja! Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher Mordors. Warum sollen wir ihn nicht einsetzen? Du kannst ihn nicht einsetzen. Niemand kann das. Denn der eine Ring gehorcht nur Sauron allein. Ein Waldläufer versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Waldläufer. Das ist Aragorn. Arathorns Sohn. Ihr schuldet ihn Gehorsam. Gondor braucht keinen König. Der Ring ist durch und durch böse. Man muss ihn tief nach Mordor hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin. Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Wenn dies denn der Wille des Rates ist, so wird Gondor sich anschließen. Ohne mich geht Herr Frodo nirgendwo hin. Wir kommen auch mit. Neun Gefährten. Ihr bildet die Gemeinschaft des Ringes. Beber. Und jetzt pass auf. Ein Mithril. Leicht wie eine Feder. Und so hart wie ein Drachenpanzer. Mein altes Schwert. Stich. Die Klinge schimmert blau, wenn Orks in der Nähe sind. Und in Zeiten wie diesen, mein Junge, muss man sich besonders in Acht nehmen. Ja. 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 Mordor Gandalf. Liegt das links oder rechts? Links. Wollen wir uns in eine Vorlage noch holen? Welche? Ja. Warum nicht? Auf gehts zurück. Schnell noch eine Vorlage geholt. Jetzt haben wir nämlich einen Charakter, mit dem wir das machen können. Wir könnten jetzt eigentlich ziemlich viel machen. Ziemlich viel machen. Ziemlich viel machen im Bruchtal an Quests. Also an Nebendingern sammeln. Doch Leggo, das hat den Knack. Siehste? Ja. Der greift einfach nicht so super, super an. Der kann keinen Sprung antreffen, der Heinz. Ne, er setzt den Sprung an und dann... Lässt das bleiben. ...und zieht dann Bogen. Hm. Er konnte es mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mal konnte. Zumindest bei mir hat er es oft gemacht. Bis zu einem bestimmten Punkt. Egal, dafür ist dann der andere Elb da. Gau Gandalf. Dann komm ich mal mit. Ich nehme den einen Quest an. Achtung. Äh. Rücktaste? Äh, er speichert noch den Plan. Im Hintergrund heißt das Gejubel. Ich weiß gar nicht, was Plan ich jetzt freigeschaltet habe. Ich habe nie aufgepasst. Äh. Da fragst du mich jetzt was? Ah, wir werden es gehen. Ach, der kann ja... Kein... Äh. Egal. Boop. Irgendjemand springt da noch. Ich glaube, das ist Aragorn. Er hat gerade irgendwie ein leichtes Problem. Es war auf... Nee, es war Sam. Er ist gerade hinter mir aufgetaucht. Haha. Sprunganlagen sind manchmal doch, äh... Schwierig. Und lustig. Oha. 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 Vor allem wenn man so viele Leute hinter sich hat. Springen alle mit... Wenn du den Tod springst, springst mit. Hol mir mal Glammdring raus. Bäm. Ich schieß schon mal auf den knapp 4. Ja. Um. 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 Anderem. Um. Hum. Um. Mück. Und. Und macht's danach kaputt? Äh, ich mach's kaputt. In meiner Jugend war das Grünzeichen noch rund. Und die Büsche nicht so symmetrisch. Vor allem sind sie nicht hochgeflogen und haben sich gedreht, wenn man sie geschlagen hat. Okay, lassen wir den Quatsch. Äh, ja.